Mechanismus Nein Geht's? Achso, jetzt hast du das andere Ich hab die Uhr gerade rausgenommen Nein, ich hab mir gedacht, jetzt geht das Das Gericht auf einmal Nein Wo hätte man eine Uhr hinstellen können? Alter, wo kommt denn die jetzt hin? Wo kommt denn die Uhr jetzt wieder hin? Ach Oh, Alter Ah, der Safe Wir können mal aufmachen, das waren immer nur drei Kombinationen Links, rechts, links Also wir haben... Warte, mach nochmal auf Ich mach's eh gleich auf Ich geh zum Safe hin Gut, den roten Safe Da darfst du wieder den Controller nehmen Jetzt noch nicht, weil sonst fuscht man da jetzt rein Nein, eh nicht Ist aber schon ein großes Haus, ne? Reinigen willst du das auch? Gratulation Der ist trotzdem gruselig, der noch Was denn? Was, Widen? Was denn? Links, rechts, links Ja, wir haben die Zahlen Dass du aufschwimmst Nein, das sind ja die Nein Mach das jetzt einmal so Die Zahlen, was wir da haben 320 Das haben wir beim letzten Mal gemacht Diese, wir haben gerade vorher Zahlen gefunden Die sind für das Für das Schloss, Ronny Bei der Statue So stimmt auch Was mach ich mit dem da beim Trissor? Ja, okay, dann musst du das so lösen Stimmt Ernsthaft, Ronny Ja, dann Dafür gibt's ja rechts, links, rechts Ja, okay, passt, ja, ist ja gut Passt, gut Dann Fangt man außen oder fangt man innen an? Außen Weiß er nicht Eins, zwei, drei, vier Achso, sechs, ich hab schon Was? Sechs Mal nach links Dann Zwei, drei Mal nach rechts Das versteht kein Mensch gerade, was du rechnest Und zwei Mal nach links, geht schon Du hast es verstanden Okay, gut Du hast verkackt Kann ich noch mal sehen? Ja Du musst rausgehen Außen fangt man an Eins, zwei, drei, vier, fünf Mal nach links Oder drei Mal nach rechts Fehlt der rote Pfeil auch vielleicht noch? Ich mach noch eins dazu Oh, gut, 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 gell? Oha Also So was kann Lisa komischerweise, ne? Was ich nicht verstehe, aber gut, wurscht Ja, ist gut, passt Hauptsache, wir haben's geschafft Weißt du, wo Johnnys Raum ist? Ja, es gibt nur meinen Raum Ja Oh ja Wo ist er denn? Es gibt nur den einen, den da Ist Johnny Wo ist Johnnys Raum? Und wo ist Johnnys Raum? Der andere, was noch fehlt Welcher, Alter? Es sind mehrere Türen noch zu, Ronny Alter, dann sagen wir, wo er ist Ja, kann ich das jetzt nicht beschreiben Alter, Lisa, ich kann auch sagen Herr Johnnys Raum ist irgendwo in dem Haus Nee Aber der war's nicht Da ist doch gestanden Der jetzt, der jetzt Irgendwo an der Ecke Das ist so eine Ecke Und da ist das Der? Wie bei Harry Potter Nee Ich bin schon zurückgegangen, Jungs Das ist aber nicht Los! Du hast das auch nicht Checkt, oder? Ich hab das nicht gesehen Das wird entfragen Lass die Kassette mal Deine Hammer Sehr gut aufpassen, Jungs Ja, dass dann keine Tür aufgeht, ne? Wir haben einen Schlüssel gefunden Aber nicht mitgenommen Sehr gut Sehr ruhig Ah, ohne mich geht's nicht Aber es dauert nicht mehr lang Ich glaub, jetzt haben wir's dann eh gleich Ja, deswegen Jetzt Willst du mich verarschen, oder? Ha die Tür mal zu kurz, bevor ich rein geh Dann schläfst du dich heute gescheit aus So Jetzt haben wir aber alles Das Geld lassen wir liegen Sehr traurig Da war ganz schön was drin Der Geist ist frech, aber richtig, ne? Haut einfach die Tür auf die Nase So Gut Er ist Du bist so los, Stolter Ne, es ist an dieser Ecke, was ich eigentlich Ah, ich hab aber gesagt das Und du hast gesagt, das ist Papas Zimmer Ja, eigentlich ist er gestanden Vielleicht ist der Johnny Wir sind der Johnny Sei ruhig jetzt Du bist gleich ein Johnny Warte, was ist noch hin? Papas Zimmer Ah, da gibt's noch Hageln Ach du Scheiße Boah, da müssen wir jetzt ein Gewichtespiel machen, Ronny Da ist ein Haifisch Ein Hase Ein Haase ist leichter als ein Haifisch Boah, jetzt müssen wir das so machen Der Haifisch ist, denke ich, das schwierigste, ne? Aber Ronny hängt einfach mal, die Schlange hängt da mal der Metronflug drauf Haifisch Ja, aber warum ist bei Ratte, Alter, der schwer ist? Ja, dann musst du es wegnehmen Achso, ja Nimm mal alle weg, vielleicht Ich kann nicht alle, ich hab nicht so viel Platz Also Ratte ist das leichteste Haifisch das schwerste, ne? Ratte, dann Schlange Nase, oder? Na, oder Ratte, ja Was ist denn das leichteste, das, da? Ratte ist das leichteste Ja, aber was ist für die Dinger? Ich würd schon sagen, die Kuckuck Ja, und was ist jetzt leichter? Die Ratte ist leichter Außer es ist so eine Gigaratte Ja So eine von Plagos Tail Solche Ratten waren das Und außer die Schlange hat jetzt gerade zwei Menschen gefressen Ja, aber das schaut irgendwie aus, als Falsch Nein, jetzt ist die Ratte leichter, dann Die Schlange Ja, und was hängt mich da drauf? Mal versuchen Alter Ah, ich sehe noch ein Gewicht Ah, das ist aber mittelschwer Ja, es passt ja Und jetzt War falsch Um den Vogel zu retten, sprang der Hase in die Luft und ließ die Freunde zurück Die Schlange unterhalb der Ratte blieb da, während der Hei in den tiefen Wiesensplan Das hat was mit der Höhe zu tun Oh, Alter Okay Um den Vogel Alter Der Hei ist ganz tief Der Hei ist ganz tief Der Hase War ganz oben Der Hase war oben Dann ist die Ratte Dann ist die Schlange Und dann ist der Hei Wie? Hase, Ratte, Schlange, Hei Also Hei ist am weitesten unten Ja, genau Dann Dann ist von der Stufung Dann kommt die Schlange Als nächstes weit unten Hase ist am leichtesten Okay, Schlange Dann Ratte und Hase am leichtesten Das war's Das war's Das war's Das passt Ah, ich kann so Rätsel lösen Gut gemacht Super Super Manchmal braucht mich ja Ronny doch Nicht oft, aber manchmal schon Erst, warum kriegen wir da jetzt kein Code Das müsste halt nochmal der letzte Ding sein Das du gescheit wackeln Das ist ver-cohlt Sehr blöd So this is the book That everyone was talking about Alter, wer kauft denn das seinem Kind Ist das dein fucking Ernst? Ha? Der hat zwei Augen in der Hand Blutige Knie Schon den Gruseltypen da A long, long time ago Auf vielen, vielen Tagen Gab es eine Kreatur Mit unbekanntem Namen Der hat stets alleine gelebt Und nicht nach Gesellschaft gestrebt Nein, es ist in kalten Nacht Er litt seine Plage Und schlief dann für zwei Tage Seit wann kannst du so gut Englisch? Ach so, der steht da unten Na, na Ah, Alter Seit wann kannst du so gut Englisch? Oh, Ronny, los Oh, Ronny, los Oh, scheiße Ich denke mir gerade, Alter Warum kann sie das so gut? Alter, ich habe jetzt Zielseiten englisches Interview geschrieben Ich bin, ich bin Englisch-Profi Okay, gut Am dritten Tag erwacht Es ist in völliger Dunkelheit Und fühlte sich geschunden Oh, graus Ihre beiden Augen waren verschwunden Das ist wie ein Gedicht Es reimt sich ja Ja Die Kreatur kroch aus dem Bett Und krabbelte auf der Suche Nach ihren Augen umher Doch sie fand diese nicht mehr Sie kroch und schlurfte Und ihre Knie wurden blau und taub Ihre kullenden Augen wurden zu stau Jetzt weiß man, warum So nennen den Ja, weil er am Boden krabbelt ist Bis heute will sie es nicht eingestehen Und ihre Suche muss fortbestehen Und ihre Suche muss fortbestehen Jetzt nimm die Nachricht vor den Augen Und schalte das Licht ein Denn wenn du nicht entkommst Dann sind deine eigenen bald sein Er fürchte das Licht Nutze etwas Helles, um dich zu schützen Ernsthaft? Das war das Ende von dem scheiß Buch? Das wird gar nicht greifen zum Schluss Lisa schreibt die Zeit noch auf Ich muss das mit Englisch noch rausklippen dann 5 Stunden 51 Passt, gut geht's Weil da kommt jetzt sicher was Das war schon gut jetzt Oh, müssen wir Jetzt kommt das nächste Rätsel The room is changed Kann man noch nicht, dass man aber hinstellen Irgendwas fährt da Irgendwas fährt da Was ist der Zug? Ja, wo denn? Ah, mein Name ist Johnny Aber ich denke, dass mein Vater das schreibt War das Buch? Das haben wir ja schon gelesen, das war das gruselige Buch Erkennt man ja so schlecht Ich will einfach ein Foto machen Nein Oh ja, jetzt ist die Tür aufgegangen Kerzenwandeln Oh Er hat um die Ecke geklunkt Klunkt Wie sagt man? Klunkt, klunkt, klunkt Hä? Ah Was müssen wir denn da jetzt reinstecken? Was gehört denn da jetzt wieder rein? Hättest du das Buch nehmen können? Nein Willst du es nochmal lesen? Ja Du englischst diesmal Du bist so kacke, Alter Ich kann so nicht mehr schlafen Du bist so kacke, Alter Ich denke mir wirklich Ich denke mir so was Seit wann kann die so gut englisch? Dann steht unten der Untertitel Nein, jetzt geht's nicht mehr Dann geh mal eine Runde spazieren Wo soll ich denn hingehen? Davor Ich habe einen neuen Freund Sein Name ist Blue Knees Aua, Alter Nicht nochmal lesen Was denn? Was? Alter Ein wunderbares Kinderbuch Es räumt sich sogar Lisa, du jetzt nicht ablenken Guck da her jetzt Ich weiß, du hast schon wieder Angst Achso, scheiße Ich muss drauf bleiben Ja, ich muss drauf bleiben Jetzt geht's weiter, Jungs Das ist ja graus Oha, es war aber abrupt aus Ich habe sogar einen eigenen Song dazu Kannst du die Würfel mitnehmen? Nein Der Zettel An der Tür auf dem Boden Oh, der hat an der Tür auf dem Boden Der da Bluni sitzt in meinem Dunkeln Er hasst das Licht Hier muss ich das Licht ausmachen Wie soll ich es denn auspusten? Ah Alter Mann, Honey Honey Ja, was denn? Alter Aber du bist nicht gestorben jetzt Ja, Alter, mach mir nicht so einen Stress Wenn es so ernst wird Was ist denn die Hölle? Alter, macht mir da so einen Stress hier Ronny, Ronny, Ronny Ja, ich tue ja schon Naja, er mag das Licht nicht, deswegen Ja, bis ich die Kamera mal rausnehme Schau, wie lange das der braucht Bis der die rausnimmt Schau, eins, zwei Naja, aber Licht mag Eins, zwei Ja, okay Ja gut, warte mal Ja, und was soll man da jetzt machen in den Raum? Geh mal weiter Nix Ja, wohin denn, Alter, da hat sich alles verändert Jetzt habe ich das Haus schon so einstudiert gehabt Jetzt kennt mich wieder nix aus Wird auch ein Plattenspieler Ah Jetzt geht's weiter Jetzt geht's weiter, das Lied Nicht abgespielt Ganz allein Ganz allein Wo er hingehört Ist ja sehr traurig Ich muss das machen bis zum Schluss Du musst mitlesen Dann geht's weiter Überall in der Küche Wo dieses Lied geschrieben Nur für dich Die Hinweise Ah Oh, 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 oh Ich brauche mal was zu Oh, oh, oh Warte, warte, du kannst nicht gehen Ein Glas, ich hab da noch ein Glas Sind wir jetzt tot? Wir sind wieder im Spielezimmer Wenn ich schon mal gestorben sind oder nicht Du lockst ihn mit dem Lied Das heißt, wir müssen jetzt in die Küche gehen Das nächste Abspiel Ne, Lisa, wir sind gestorben Ja, und? Ja, jetzt müssen wir das wieder alles machen Das hat er vorher auch gespeichert gehabt Wo wir gestorben sind Ja, aber ich muss ja da spielen, oder? Ja, jetzt ist es mir auffallen Jetzt, was du das sagst Tschüss, Levko Sind wir heute am Abend wieder da? Ja Ja, okay, den kann ich nicht mehr drücken Heute war nur spontan Heute war nur spontan Heute war nur spontan Heute war nur spontan Nein, der ist aktiviert Auf jeden Fall ein gutes, gutes Nächtle Den haben wir nicht fertig gebraucht Warte mal, ich stelle mich jetzt da her, oder? Lass ihn doch Geh in die Küche, aber wir wissen ja, wie es weiter Das ist der Scheiße, Alter Wie er reingreift zu unseren Tentaklen Ich glaube, das könnten wir jetzt ewig spielen Wir gehen in die Küche Wieso wird er denn nicht von den Kerzenlichtern aufge... Ich habe keine Ahnung Ich habe mir jetzt Verdacht Ich probiere es auf der anderen Seite Aber irgendwer hat das auch überhaupt nicht hingekaut Geh mal in die Küche Lärft gut Dankeschön, Levko Soll ich den jetzt lassen, den einen? Bluni sagt, ich hätte schöne Augen Ja, hätte Hat aber keine mehr Blaue Es geht aber noch nicht weiter, Lisa Wir müssen das da machen Da ist keine Tür Aber der kommt ja gleich wieder Vielleicht muss ich mal die Tür aufmachen da Ich trau mich nicht Mach die Tür zu Du bist so geil, Alter Okay, da ist keiner Eine Idee Nee, die Tür hat sich aber bewegt Oder nicht? Nee Ja, ich habe jetzt nichts... Ja, ich habe ja geguckt, oder ob er kommt Gelassen Dann ist er mit der Schokolade da Das hast du gegessen Nee, ich habe meine zwei schon gegessen Nein, nein, nein Ich habe meine da Ich habe zwei gegessen So Nee, da hat zwei Krieg Aber du kannst uns ein Stück Eine Ecke Ja Aber Jinks, so funktioniert es Nur ich hätte mir jetzt gedacht, dass er aus dem Badezimmer kommt, ne? Jetzt ist er aber fieserweise um die Ecke gezogen Also kurz abspielen und dann wegrennen Nein, dann warten auf ihn Dann fotografieren Aber ich weiß auch nicht, der ist... Vorher ist er von da gekommen Dann ist er bewaffnet Der ist so kacke, Alter Der will mich doch verarschen, oder? Ohne Spaß jetzt Ich kann ja nicht so schnell die Cam rausnehmen, Alter Oh Gott Also komm her, mach du das Das ist jetzt hier kein Rätseln Komm her Das heißt eh kein Rätseln Rätseln bin ich gut Ich muss den nur da, okay? Nee, einfach nur tun Und das scheiß Zimno Das Spiel ist richtig gemeint Da Dann links rein Aber ich kann auch nicht sagen, wo er kommt Und du musst dann gleich die Kamera nehmen Nicht so lang Nicht so lang Er kann auch hinter dir kommen, gell? Ah, jetzt leist die Tür zu Geh nicht Lisa nicht Lisa nicht Er kommt, er kommt, er kommt schon Wart ab Er kommt Nicht so weit zurück Cody, lass mich Gut Du schüttel, links klick Ich kann mir da eine Zahl kriegen Nein, wird kaputt Okay Kannst du nochmal drücken Ja, du musst ihn bis am Schluss, glaube ich Er kommt Er kommt Er auf Nicht ist er ausgegangen Ja Aber wer hört denn so Musik eigentlich? Aber es ist jetzt gar nicht so schlecht Irgendwie Immer noch? Normalerweise hört das dann aus Ja, genau Tony, was ist falsch mit Lisa? Das freu ich mich jeden Tag, Tag ein Tag aus Wo ist diese fucking Küche jetzt? Naja, er ist eh von dort gekommen Das heißt, ich glaube, wir dort aufgemacht haben Aua, voll in die Ja, Gumi Ja, super Du hast mir jetzt Du hast so ein Timing Jetzt setz dich doch wohin Aber das muss ich jetzt nicht nochmal machen, ne? Ich glaube nicht Vielleicht doch Ich bin weiterkommen als du Wow Du hast bei mir schon gesehen, wie es geht Du hast es auch gesehen, wie es geht Dann bist du dreimal hintereinander gestorben Nein, ich hab's dir jetzt einfach abgeben Kampon, die Zettel nimm mit Was? Ja, tu das lesen, Alter Kann ich das nehmen? Ja, weiter zurückgehen Du kannst dir nicht mal einen Zettel aufheben, Alter Näher hin Lesen Ich mag nicht alleine schlafen Blue Nies schaltet dauernd das Licht aus Lisa macht das Gegenteil Sie schaltet sie mal ein, wenn Menschen schlafen Wo ist denn das? Die Küche Ich weiß nicht, dass sie jetzt umgehen hat Das ganze Haus Halt, da war der Kamera bereit Da ist auch einer Du musst eh alle aktivieren, Lisa Aber ich gehe jetzt erst in die Küche Aber er hat doch gesagt in die Küche Ich muss eh alle Ganz fix Kommt Alter, das war jetzt mein Verdienst Na, du hättest es auch nicht gebraucht Hab ich gewusst, dass er kommt Hättest nicht So, Jings, einmal nur für dich Ist wieder nichts geworden Aber Lisa taugt das Lied Ich pack's ja nicht, oder? Wenn sogar der Gungel rät Das erinnert mich bislang an Insidios Das eine hört sich auch so ähnlich an Das ist ein Rhythmus Aber dann hörst du nur die, den Rhythmus Passt Das ist ein Rhythmus Untertitelung des ZDF, 2020